Die Nachrichten, ganz herzliche Willkommen. Die Evakuierung der mehr als 100 Deutschen, die wegen des Coronavirus aus China ausgeflogen werden sollen, ist angelaufen. Am Mittag startete eine Bundeswehrmaschine in Köln-Bonn Richtung Wuhan. Hier in Deutschland wurde unterdessen ein sechster Corona-Fall bestätigt. Und die Bundesärztekammer sagt nun, man halte die deutschen Krankenhäuser nicht für ausreichend vorbereitet. Der Luftwaffen-Airbus hebt ab. Nach tagelangen Verzögerungen ist die Mission Evakuierung gestartet. An Bord der Maschine ein Ärzteteam sowie 10.000 Schutzanzüge für das chinesische Rote Kreuz. Das Ziel, die Corona-Krisenstadt Wuhan, um die Deutschen, die raus wollen, auszufliegen. Es handelt sich um über 100 Personen. Es gibt dabei niemanden, der infiziert ist. Es gibt bei diesem Personenkreis auch keine Verdachtsfälle. Trotzdem, nach der Heimkehr dürfen sich die Passagiere nicht frei bewegen. Zuerst gibt es ein Medizin-Check-up am Flughafen Frankfurt. Hier werden mögliche Verdachtsfälle direkt in die Uniklinik geschickt. Dann geht es weiter zum Luftwaffenstützpunkt Germersheim in Rheinland-Pfalz. Für alle bedeutet das 14 Tage Isolation. Zum Schutz sowohl der Bürger, die zurückkommen aus China, wie auch zum Schutz ihres Umfeldes und der Bürgerinnen und Bürger hier in Deutschland, dass wir sicherstellen können, dass niemand mit dem Virus infiziert ist. Infiziert hatten sich zunächst fünf Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto in Bayern. Webasto hat die Konzernzentrale bei München vorsorglich geschlossen. 110 Menschen bleiben zu Hause unter Quarantäne. Inzwischen ist zum ersten Mal auch ein Kind an dem Virus erkrankt, das ebenfalls aus Bayern stammt. Auch seine Angehörigen müssen sich jetzt Schnelltests unterziehen. Krankenhäuser sind wegen möglicher weiterer Fälle in Alarmbereitschaft. Doch die Ärztekammer warnt. Sollte es sprunghaft Anstiege bei Corona-Fällen in Deutschland geben, seien die Kliniken nicht ausreichend ausgestattet. Die Infizierten bräuchten Einzelzimmer mit Vorschleuse. Aus Kostengründen seien die aber kaum mehr vorhanden. Und Christine Lewinsky ist für uns vor dem Bayerischen Gesundheitsministerium. Christine, ein sechster Fall des Coronavirus ist ja inzwischen bestätigt in Bayern. Was genau ist über den Fall bekannt? Nun, gestern Abend wurde ja dieser fünfte infizierte Mitarbeiter von der Firma Webasto eingeliefert in die Klinik nach Trostberg und mit ihm eben die gesamte Familie, sprich seine Frau und die drei Kinder, darunter ein Säugling. Und bei dem Ältesten dieser drei Kinder, einem fünfjährigen Kind, wurde eben das Coronavirus nachgewiesen. Aber, und so klang es eben gerade schon bei der Pressekonferenz der Ärzte an, vermutlich ist die gesamte Familie infiziert, denn alle drei Kinder zeigten leichte Symptome. Trotzdem, alle fünf der Familie sind in gesundheitlich stabilem Zustand und sind auch gemeinsam in einem Familienzimmer untergebracht. Darum hatten alle fünf gebeten. Und die Ärzte sagen auch, da sie ja vorher schon zusammengelebt haben, gestern und vorgestern, war das überhaupt kein Problem, sie auch in einem Zimmer unterzubringen. Wie genau das gestern Abend abgelaufen ist, dass man sie eben von ihrem Haus in der Gemeinde Siegsdorf abgeholt hat und ins Krankenhaus nach Trostberg gebracht hat, das hat vor wenigen Minuten Professor Thomas Glück eben von der Klinik Trostberg erklärt. Und da hören wir mal kurz rein. Wir waren optimal darauf vorbereitet und ist alles ausgesprochen reibungslos gelaufen unter Unterstützung der Hygiene unserer Kliniken, sodass wir hier in einem wirklich professionellen Team auch sehr gut zusammengearbeitet haben. Christina, alle Fälle in Bayern sind ja rund um die Firma Webasto aufgetreten, also Mitarbeiter, die sich gegenseitig angesteckt haben, jetzt wie gesagt auch Familien betroffen. Wie hat, welche Vorsichtsmaßnahmen hat jetzt die Firma unternommen? Nun zunächst mal ist ja der Firmenbetrieb eingestellt worden bis mindestens Sonntag. Die Mitarbeiter durften am Mittwoch noch ihre Laptops abholen und wurden dann eben aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Das sei nicht das ganz große Problem, heißt es von der Unternehmensleitung, denn viele Mitarbeiter könnten auch im Homeoffice weiterarbeiten. Das Interessante, und das wurde eben bei der Pressekonferenz auch deutlich gemacht, ist, dass die ersten vier Mitarbeiter, die sich ja im Klinikum Schwabing befinden, dort in Isolierung, die haben sich angesteckt an der chinesischen Mitarbeiterin, die aus Wuhan angekommen war und dann eine Schulung gegeben hat, sie haben sich an ihr infiziert. Und der fünfte Mann jetzt gestern, der jetzt in der Klinik in Trostberg liegt, er hat sich dann an einem dieser vier weiteren Mitarbeiter angesteckt. Also er hatte keinen direkten Kontakt mit der chinesischen Mitarbeiterin. Und natürlich sind weiterhin viele Fragen offen. Natürlich muss man vor allem jetzt klären, ob auch das fünfjährige Kind, wo jetzt das Coronavirus nachgewiesen wurde, möglicherweise Kontakt hatte in der Kita, möglicherweise in der Schule. Und da muss man einfach jetzt weiter forschen, gerade eben im Landkreis Traunstein, ob es möglicherweise weitere Infizierte gibt. Generell sind ja 110 Menschen in häuslicher Isolierung, heißt, sie müssen regelmäßig Fieber messen und sie werden regelmäßig von den Behörden kontrolliert. Und bei uns im Studio jetzt wieder der Facharzt für Hygiene, Klaus-Dieter Zastrow. Herr Zastrow, ein sechster Fall jetzt in Deutschland bestätigt. Alles rund um die Firma Webasto. Das ist jetzt nicht besonders überraschend, wenn man davon ausgeht, dass ein Infizierter bis zu drei weitere infiziert. Das heißt aber natürlich auch, die Erkrankungen, die steigen jetzt exponentiell. Auf was müssen wir uns da vorbereiten in Deutschland? Also ganz so erschreckend, wie Sie schon sagten, ist das nicht. Das passt dazu. Das waren natürlich die Leute, die als Erste hätten angesteckt werden können, was ja auch passiert ist. Und jetzt läuft langsam die Inkubationszeit aus. Wir werden sehen, da werden sicherlich noch mehr Fälle kommen aus der Ecke. Und insofern ist das eigentlich nicht überraschend. Entscheidend ist, dass wir weiterhin die Betroffenen isolieren und so ausstatten mit Mund-Nasen-Schutz beziehungsweise auch in den Krankenhäusern, dass eine Weiterverbreitung an andere nicht erfolgen kann. Bleiben wir nochmal bei dem konkreten Fall, jetzt eben bei dem sechsten Infizierten. Das ist ja ein Kind, ein fünfjähriges Kind, was möglicherweise, wir wissen es nicht genau, auch in eine Kita geht. Nun weiß jeder, der Kinder hat, was es bedeutet, wenn Kinder in eine Kita gehen, wie schnell sich da Viren verbreiten. Wie gefährlich ist das? Na gut, das ist tatsächlich schon, oder da ist eine größere Verbreitung zu erwarten. Kinder trinken aus derselben Tasse und ähnliches. Also das ist natürlich nicht auszuschließen und das ist gut möglich. Und da steht man jetzt natürlich vor der Problematik, wie geht man dann da um? Es ist ja auch schwierig, dann die Kinder in dem Alter irgendwo zu isolieren. Also die können ja eigentlich nur noch zu Hause bleiben. Also das ist sicherlich eine größere Fragestellung. Jetzt sagt ja die Bundesärztin immer, man halte die deutschen Krankenhäuser für nicht ausreichend vorbereitet. Stimmen Sie dem zu? Nein, also das ist ja, das trägt ja nun wirklich nur zur Panikmache bei. Die Krankenhäuser sind ausgestattet, weil es eben hier um eine Schutzisolierung geht. Und wir brauchen da nicht mal einen Vorraum, wir brauchen ein Einzelzimmer. Und da wird der Patient untergebracht. Und dann greifen die üblichen Schutzmaßnahmen wie bei multiresistenten Erregern. Und das trainieren wir und machen wir seit 25 Jahren. Seit 1995 haben wir MRSA und andere Multiresistente. Das kennt jedes Krankenhaus und hat auch das Material. Und da muss man noch eins dazu sagen. Wenn da vorhin gesagt wurde, wir haben zu wenig Einzelzimmer. Nein, wenn Sie zwei Grippekranke haben, dann können Sie die auch in Zweifelzimmer tun. Und wenn Sie drei haben, dann können Sie die drei auch zusammentun. Dann brauchen Sie keine getrennten Zimmer mehr, weil die sich untereinander nicht mehr anstecken können. Also, dass man jetzt sagt, man bräuchte Hunderttausende von Einzelzimmern, das nennen wir Kohortenisolierung. Der gleiche Erreger, das gleiche Krankheitsbild, das können auch drei und vier Leute in ein Zimmer tun. Sagt Klaus-Dieter Zastrow. Vielen Dank für Ihre Informationen. Gerne. Und wir schauen nach Großbritannien, genauer gesagt zum Militärflughafen in Oxfordshire. Dort ist in diesen Minuten ein Flugzeug gelandet an Bord. Briten, die aus Wuhan ausgeflogen worden sind. Am Vormittag kam ja die Meldung, dass auch in Großbritannien erstmals zwei Fälle des neuartigen Coronavirus bestätigt wurden. Zwei Patienten seien in England positiv auf das Virus getestet worden. Das teilte der oberste englische Gesundheitsbeamte Chris Whitty heute mit. Es handelt sich um zwei Mitglieder derselben Familie. Weltweit sorgt der Ausbruch der akuten Atemwegserkrankung also für große Sorge. Allein in China sind über 9600 bestätigte Erkrankungen. Bekanntstündlich steigt die Zahl der Neuinfektionen. Weltweit gibt es mittlerweile über 100 bestätigte Coronavirus-Fälle in 20 Ländern. Und damit dürfte noch lange nicht Schluss sein. Auch deshalb hat die WHO nun doch den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Südkorea desinfiziert. In den Bussen 360 Staatsbürger ausgeflogen aus der besonders betroffenen chinesischen Stadt Wuhan. 14 Tage lang stehen diese Personen von nun an unter Beobachtung auf mögliche Symptome des Coronavirus in Quarantänestationen. Regierungen weltweit sind in Alarmzustand aufgrund der rasanten Verbreitung des neuartigen Erregers. Jetzt hat die Weltgesundheitsorganisation reagiert, die internationale Notlage ausgerufen. Wir wissen nicht, welche Art von Schaden dieser Virus anrichten kann, wenn er sich in einem Land ausbreitet, das ein schwaches Gesundheitssystem hat. Wir müssen jetzt handeln, um den Ländern zu helfen, sich auf ein solches Szenario vorzubereiten. Gelder können nun frei werden. Reiseverkehr und Handel könnten eingeschränkt werden. Allein in China sind fast 10.000 bestätigte Erkrankungen bekannt. Weltweit gibt es mittlerweile über 100 bestätigte Corona-Infektionen. Davon die meisten im asiatisch-pazifischen Raum. Europa hat 16 bestätigte Fälle. Notfallpläne werden aktiviert, Rückholaktionen für in Wuhan Gestrandete durchgeführt, wie hier am Flughafen Lissabon. 350 Europäer sollen heimgeholt werden. Es könnte auch unsere Familie sein, die dort festsitzt. Es ist wichtig, dass diese Europäer zurückgeholt werden. Entwarnung auf dem Kreuzfahrtschiff vor Rom. Der Coronavirus-Verdacht an Bord der Costa Smeralda hat sich nicht bestätigt. Dennoch hat das Land inzwischen zwei bestätigte Coronavirus-Fälle und den Flugverkehr mit China ausgesetzt. Auch das US-Außenministerium hat reagiert. Den Reisehinweis für China auf die höchste von vier Warnstufen hinaufgestuft. Nicht reisen. Einen Grund zur Panik gibt es nirgendwo in den USA. Momentan haben wir alles unter Kontrolle. Aber das ist eben eine dynamische Situation, die sich schnell ändern kann. Und jeden Moment können die News anders lauten. Gleichzeitig wird rund um den Globus fieberhaft an einem Impfstoff gegen den Erreger geforscht. Chinesische Gesundheitsbehörden wollen schon in drei Monaten entsprechende Medikamente bereitstellen. Ein recht unrealistisches Vorhaben, sagen europäische Forscher. Sie rechnen mit mindestens einem Jahr. Sprechen wir darüber mit Daniel Koop. Der ist für uns im WHO-Hauptpartei in Genf. Daniel, was ist denn jetzt dran daran, dass man eben in Kürze einen Impfstoff hat? Die einen sagen, in drei Monaten könnte es soweit sein. Andere sagen, es dauert mindestens ein Jahr. Was ist jetzt realistisch? Also die WHO sieht das, um ehrlich zu sein, nicht so optimistisch, dass man da in den nächsten Wochen oder Monaten schon zu einer Lösung kommen kann. Wir haben es ja heute auch von der Bundesforschungsministerin Anja Karliczek gehört. Sie geht ja davon aus, dass man vielleicht schon in den nächsten Monaten so einen Impfstoff finden kann. Die WHO, das hat sie gestern auch bei der Pressekonferenz gesagt, die setzt natürlich momentan auf Synergien der einzelnen Forschungszentren, so zum Beispiel auch vom Robert-Koch-Institut in Deutschland, aber auch von einer Thüringer, nicht von einer Thüringer, von einer Tübinger Firma, dass man ja diesen Impfstoff dann möglichst auch bald finden kann. Aber wir können uns zum Beispiel an die SARS-Epidemie erinnern. Die ist ja auch schon einige Jahre her und bis jetzt ist dort immer noch kein Impfstoff gefunden worden. Und die WHO sieht es eher als realistisch an, dass das mindestens noch ein Jahr dauern wird, bis dann ein entsprechender Impfstoff auch gefunden wird. Die WHO hat sich ja etwas Zeit gelassen, viele sagen etwas zu lang Zeit gelassen, um den internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen, aber jetzt hat sie es getan. Was genau bedeutet das? Ja, sie hat sich in der Tat Zeit gelassen, wurde dafür auch kritisiert. Es gab ja in den vergangenen Wochen immer wieder Sitzungen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das will natürlich hier keiner offiziell bestätigen, dass man das Ganze so ein bisschen unterschätzt hat. Aber als dann die Zahlen gestiegen sind, vor allem auch außerhalb von China, da musste man handeln. Auch der Generalsekretär der WHO, der ist ganz schön in die Kritik geraten, hatte sich dann auch für menschliche Fehler seiner Organisation entschuldigt. Die einzelnen Maßnahmen, die es jetzt gibt, da geht es um ehrlich zu sein eher mehr darum, dass die Länder zusammenarbeiten sollen, Wissen austauschen sollen. Und ganz klar die Botschaft hier von der WHO, es soll keine Panik gemacht werden. Man ist immer noch optimistisch, dass man diese Krise in den Griff bekommt. Und man hat ausdrücklich gestern hier auch noch einmal China gelobt. Hat gesagt, dass das Krisenmanagement von China extrem vorbildlich ist. Wir können uns ja daran erinnern, in den letzten Tagen ist da ein Krankenhaus gebaut worden mit mehr als 1000 Betten. Also China ist da gelobt worden. Aber man macht sich mehr Gedanken um die Länder, die nicht ein so starkes Gesundheitssystem haben, wie das in China oder auch wie das in Europa der Fall ist. Daniel, danke schön für deine Informationen nach Genf.